Herzlich Willkommen Leute zu einer Runde Rock of Ages 2 mit Kapuze, Kunna und Alex. Hallo. Hallo wir Sims, die Bauarbeiter. 2 on 2 wird gemacht. Wir drücken auf Join Team 1 in 1, 2, 3, jetzt. Und wer nicht ins Team Workshop ist, geht in Team 2. Okay. Der Alex will immer nur mit dem Dahlokal spielen. Wir spielen 2 on 2. Wir haben noch nicht viele Objekte. Deswegen kann ich eh nur alles mitnehmen. Oh, die Kugeln haben unterschiedliche Stats. Ja, aber die beiden, die wir haben, sind gleich gut. Ich hab nur eine. Der hat nur eine, ich hab zwei. Ich hab auch zwei. Was habt ihr denn DLT schon wieder gekauft? Der hat schon wieder 300 Euro hier reingehaut. Rock of Ages ist aber hier Defense und Attack Game. Also man baut erst eine Verteidigung auf für die Gegner. Achso, ja. Und dann rollt man in die Gegner Base rein. Wer zuerst in die Gegner Base reingerollt ist, gewinnt. Alex, wo baust du an der oberen Front? Ja, mach oberen. Was machen? Aber ich weiß ja nicht einmal. Du baust an beiden Fronten gerade. Nee, sorry. Das hast du zu spät gesagt. Aber ja. Achso, das ist der Elefant. Der Elefant ist doch der Beste. Was machen diese Katapulte? Ja, bei der Elefant kannst du halt gut durchrollen. Was machen die Katapulte? Die schießen auf deine Kugel. Oder Aua machen die. Achso, ja gut. Aber die Katapulte machen noch gar nichts. Doch, die schießen nicht. Die machen der Kugel reiche Fischern. Echt? Ach, die Kugel kann auch kaputt gehen. Ja, die kann kaputt gehen. Ja, Alex. Okay, Alex. Ich hab meine Defense stehen. Ja, meine Defense steht auch. Ihr kommt da nie durch. Das sehen wir ja. Das sehen wir ja. Ich hab meine auch stehen. Werden wir sehen. Ja, ja. Was ist denn das Blitzding da hinten rum? Da könntest du normal angreifen, wenn du gerade nicht in der Kugel bist. Ich hab weiter hinten gebaut. Teil 90 Punkte? Hast du noch 100 Punkte da, Lu? Äh, wieso? Was willst du bauen? Ne, interessiert mich nur. Einen Turm kann ich noch bauen. Okay, ich bin fertig. Okay, dann ist es nicht gekallt, die Punkt. Wir warten bis die Kugel kommt, ey. Und wird sie gebaut? Ich seh's ja schon. Also vorne haben sie ein bisschen was gebaut. Da haben sie vor allem Elefanten und Türme. Siehst du, was sie gebaut haben? Ja klar. Hä, das stimmt doch gar nicht. Ja, du kannst ein bisschen... Wir können nur die obere Ecke sehen. Genau. Die Schummeln. Die Schummeln. Ne, wir sehen das ja auch. Da kommen wir locker durch. Das hat Kapuze gebaut. Ja, da vorne ist alles voll und offen. Da rolle ich uns. Du! Ja, das soll ich sehen. Du willst nicht nur rollen. Jetzt geht's los. Wir stecken bleiben in der Kugel, du Bobo. Du, jetzt geht's. Ich rolle. Was ist denn das für eine Scheiße? Was machen die Elefanten da? Oh nein, die Elefanten. Yes. Ich hab die Elefanten rumgemacht. Kaputt. Hu, hu. Ich hab das Loch raus. Ja, ich weiß. Yeah, Kundran geht durch die Scheiße. Ah, Scheiße. Easy peasy. Easy peasy. Das ist ja gar nichts. Basti weg. 199 Schaden. 193 Damage. Kundran. Alex ist am rollen. Was ist jetzt? Was ist jetzt? 100, 340. Also wir müssen wieder neu bauen. Es geht gleich weiter. Oh Scheiße. Okay, okay, okay. Darlow, wir sollten uns auf unten konzentrieren. Weißt du warum? Du weißt auch warum, ne? Warum? Sagst du uns drauf. Was? Warum? Wir sind hier durchgerollt. Ja. Ihr denkt mit eurem blöden Zirkuselefanten, die ihr gestohlen habt. Da denkt ihr, kommt ihr durch? Nicht bei uns. Ich hab einen Kundran und der Kundran ist ein Ingenieur. Möchte ich an dieser Stelle... Ich rollen? Richtig. Der Herr ist Ingenieur. Achso. Wie du rollst schon. Nee, nee, ich roll noch nicht. Nee, nee, ich roll noch nicht. Architektisch. Was ist denn da für eine Katapult? Guck mal, Carlo, guck mal bei uns unten. Weißt du warum? Ja. Die Musik ist so geil. Wissen nicht. Ich glaube doch. Kundran, sehen wir, wo sie sind? Nee, also wenn wir jetzt noch einen Angriff überleben, dann machen wir das. Was ist denn da für eine Katapult? Die rollen gleich zuerst. Wir können also vielleicht noch blitzen, weil die früher fertig waren. Wollen wir ja blitzen? Direkt anblitzen, Alter. Blitzen? Wir können die direkt blitzen. Ich blitze sie jetzt schon. Warum könnt ihr schon blitzen? Ich kann auch rollen direkt. Will ich rollen? Achso, blitzen. Wir rollen, wir rollen. Achso, okay. Warum rollen die schon? Die rollen. Jetzt gibt es mal. Oh, die Katapulte kommen, dann ist mir egal. Du kannst blitzen. Ist mir egal. Okay, es geht los. Oh, das ist so schmal. Oh, guck dran. Die können ja gar nichts machen. Wir haben hinten alles zugebaut. Was haben sie? Türme gebaut. Ein und gewischt. Wir haben Türme gebaut? Nein, haben wir nicht. Komm dran. Wir haben die Türme gebaut, aber das ist ja gar nichts. Toll, Alex. Nein. Okay, wir machen das, oder? Den Plan. Das schaffen wir noch. Ich weiss doch nicht, was für einen Plan du hast? Die Geschwindigkeit. Nichts gibt's. Oh, die Musik. Jetzt wird's richtig... Richtig krass wird das jetzt. Pam, 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 pam. Da kommen die nie wieder durch. Ihr kommt's dann nie durch. Ihr habt verloren. Warum kann ich keine Elefanten? Also ich hab schon genug Elefanten. Äh, hab ich das ganz abgebremst eigentlich ja, ne? Wir müssen jetzt zweimal richtig hinten. Wir müssen ja richtig schnell sein. Okay, wir müssen nie snipern. Oder wir müssen nie snipern. Aber waren wir jetzt schneller als die? Die war jetzt langsamer, weil die halt auch lahm seid. Ne, wir waren vorher dran. Ja, die waren vorher dran, aber ich weiß nicht, ob wir nicht eher das Tor getroffen haben. Ich glaube, wir haben zuerst das Tor getroffen. Nein, nix. Dann sind wir nämlich zuerst am Rollen. Das würde reichen. Nix. Spam. Okay, ich spamme schon. Nein. Gut dran. Eine Sekunde geht's los? Ja, wir sind vorher dran gewesen. Ja. Alles super. Oh, was wisst ihr das? Wir rollen schon. Wir rollen. Das würde ich ja sehen. Jetzt rollt ihr erst. Ihr Kackermann habt ihr mal recht fertig. Ich bin vor eurem Tor. Ich lach euch hier schon aus vom Tor. Komm Alex. Ich roll so schnell wie ich kann. Ich bin der Master of Rolling. Okay. Ich hab's kaputt gemacht. Roll drüber. Roll weiter. Roll weiter. Roll weiter. Ja, ich roll weiter. Lauf. Nein. Kugel drauf. Aber wie ist denn so eine Stelle da durchgekommen? Kugel drauf. Was ist das denn? Die leben immer noch. Guck mal, die stehen schon wieder. Wir tanzen auf euren. Wir tanzen auf euren. Nächste Map, wir waren noch eins hier. Das war mit deinem Ingenieurwissen, ja? Und mit meiner Kraft war das einfach eine Kombination des Himmels. Wir konnten nicht verlieren. Wir konnten nicht verlieren. Komm dran. Wirklich. Das sind ja Amateure, ja? Das sind ja wirklich Amateure. Ja. Das ist richtig. Ich hab mich halt schluckt. Aber... Die sind glaub ich nicht mal Ingenieurwissen. Okay. Team eins. In eins, zwei, drei, jetzt. Team Match. Wir wollen auch, wir wollen auch. Hast du extra zwei gedrückt, ne? Oh, jetzt hab ich hier eine neue Kugel. Alter, neue Kugel. Neue Kugel. Neue Kugel. Der Kugel hat schon gespielt. Oh, neue Sachen auch. Fireworks Cannon. Oh, Fireworks Cannon. Okay. Okay. Ihr könnt ja eh nicht viel auswählen, außer die Kugel und alle vier Türme. Ja, stimmt. Ich kann eh alle mitnehmen, Kuntan. Na, stimmt. Ne, ich hab wegen der Kugel guckt, ob die eine irgendwie eine Fähigkeit hat. Der da, du kriegst aufs Maul. Oh, was ist das für eine Map? Von wo kommen sie denn angerollt? Kuntan, ich mach wieder vorne. Okay, ja. Okay. Wie lange ist denn die Map? Es gibt aufs Maul. Es gibt aufs Maul. So, Kuntan, ich tu die. Die haben verloren, ja. Also, Kuntan, das wissen wir. Brauuun. 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 Nix gibt's aufs Maul. Oh, schon alle wieder? Schon wieder alle. Schon wieder. Schon wieder. Ich weiß nicht, was die... Was macht dieser Feuerwerk? Das ist schon eine coole Map jetzt. Mit so einer Abkürzung. Da gibt's Abkürzungen, wenn du richtig springst. Ja. Brauuun. Wie lange ist die Map denn? Oh, die wird hart, glaub ich. Die ist echt lange. Ist schon ein lustiges Game. Der Spiel ist sehr geil. Ich find das auch nice. Ey, warte mal. Bauern wir unsere Kugel immer noch? Oder kann man da vielleicht das abkürzen? Da wird gebaut unten. Also kann man... Die erste braucht auch länger als die andere. Achso. Ok. Kun, und was hast denn du da gezaubert? Zeig er mal, mein kleiner Engel. Was hast du gebaut, Dono? Ja, ich hab dir die total geilen Sachen gezaubert. Achso, machst du das? Achso. Eine Elefantenherde. Was haben... Wo kann ich unsere Boys sehen? Ich möchte gerne die... Da, was sie da haben für... Die Polizien wieder bauen. Wenn du rüberscrollst ganz rechts, dann kannst du uns sehen. Achso. Achso. Du musst einfach ganz rechts rüber. Siehst du uns gerade, Kapuze? Nee. Wenn du... Siehst du, was wir gebaut haben? Äh, das... Du musst nicht herran scrollen, glaub ich. Du, hast du mich grad verarscht? Unglaublich. Ich... Und ich fall noch drauf rein. Oh, nein. Der hat mir runtergefallen. Haben die gar nicht gebaut eigentlich? Die haben ja nicht gebaut, oder? Keine Ahnung. Oh, man wird respawnen. Die bauen halt so schwach, ja. Keine Dunst Ingenieurskunst. Ingenieur. Oh Gott. Scheiße, der dofe Elefant schon wieder. Das Ding rollt aber echt träge. Oh, shit. Oh Gott. Das rollt echt bitter manchmal. Kunran. Alles gut. Oh, was ist das Langsame? Was ist jetzt? Wir werden wieder reingesetzt. Achso, okay. Ich darf euch nicht verbrauchen. Ja. Dencher... Ah fuck it. Warum ist alles Kugel eigentlich so böse rot? Ich hab die andere mal. Das ist so... Die schauen aus wie so ein Nike-Fußball. Lol. Wie baut ihr denn Mauern? Ja, es freut mich auch, wie die Mauern bauen. Ich glaub, Kunran hat schon wirklich mehr als wir. Ihr müsst einfach nur ziehen. Ja, sag uns das doch mal. Hast du die Tür mit ziehen? Hast du die Tür mit ziehen? Ja, aber das ist... Die sind schwächer eigentlich gefühlt. Kunran, ich bin drin. Ich bin drin. 175 damage. Ich bin drin. 175 damage. Tür mit ziehen, okay. Okay, okay. Es geht weiter, es geht weiter. Wir haben mehr Schaden gemacht als wir haben. Echt? Die haben mehr damage gemacht? Die Bobos? Die kleinen Boys. Die kleinen Boys. Die kleinen Boys. Ist ja wirklich lieb. Dass die da was versuchen. Die Elefanten sind teurer geworden. Was sind denn da? Die Elite-Elefanten? Jetzt geht's da los. Was ist da los, ey? Elite-Elefanten. Der Elefanten. Ich weiß nicht, denn wir rollen schneller. Dalu Card kick the ball. Weil wir die erste Hits getroffen haben. Genau, wir haben die zuerst getroffen. Es zählt übrigens jede Kugel einzeln. Wie? Wieder Kugel einzeln. Also, wenn du ankommst und Dalu irgendwie 15 Sekunden später erst, kannst du beim nächsten Mal 15 Sekunden losrollen. Ah, okay. Ich roll jetzt schon wieder. Nee, oder? Doch. Ich roll? Ja. Nein, du rollst doch nicht. Doch, wir rollen schon. Ich bin schon am Rollen. Wir rollen richtig. Rolling, rolling, rolling. Darum gehört hier in den Blitzschwein. Noch in den Blitz, Blitz. Ja, nee. Ich habe erst von den Elefanten wieder gesprägt. Nichts. Hallo, Blitz. Ich konnte ein Roll um dein Leben. Roll schneller als die Mobus. Könnt ja nix. Wir haben Rock with Agents einen scheiß Zirkus Elefanten weg. Die Elefanten sind voll schwach, ey. Was machen die denn? Die Elefanten sind die Besten. Ja, was machen die denn? Die blockieren und haut dich vielleicht runter. Die machen gut Schaden an der Kugel. Wenn sie treffen, oder was? Alter, das Ding rollt so. Das rollt so anstrengend. Ich nenne meinen Elefanten den kleinen Alex. Das rollt so träg. Das rollt so träg. Das schnavolliert haben euch. Und jetzt. Kuntrad, komm. Komm, hau rein. Kuntrad. Was war das für Feuerwerk? Charge Kuntrad und King of the North. Kuntrad King of the North. Kuntrad King of the North. 193 Schaden. 176. Was? Warum hast du mehr Schaden als ich? Oh scheiße. Die haben ge... Kuntrad. Mh. Das... Kuntrad. Kuntrad, sagst du das. Das ist nicht okay. Kuntrad. Wir müssen dich verteidigen. Was machen die für eine Scheiße? Warum machen die so Peile? Mehr Elefanten. Alles vor der Elefanten! Alles vor der Elefanten. Wie am ganzen Zoo! Kuntrad, du musst hinten Elefanten machen! Näh. Ja, eher Elefant. Na klar! Elefanten ist der Key. Kundran Elefanten. Kannst du noch zwei Sätzen, zwei Elefanten? Hier oben? Ne, ne? Ja, hier oben. Was machen die davon? Man kann auch Sachen verkaufen sich gerade. Kundran Kun. Tim, lass alles verkaufen und nur Elefanten sein. Mit B verkauft man, das weiß man bestimmt. Ich hab da schon mal drüber gehabert und da stand dann verkaufen, ja. Warum schaut mein Elefanten in die falsche Richtung, der Idiot? Weil du ihn falsch herum gesetzt hast dann. Nein, hab ich nicht. Doch. Los, los, los. Ich hab neue Elefanten. Kann ich nicht mehr setzen. Ich rolle. Oh scheiße. Auf geht's Kapuze. Wir haben hier ne billige Elefanten gesetzt. Scheiße. Fuck it, ich bin runter gefallen. Ich bin auch runter geflogen. Fuck. Da rollen wir sie weg. Ja, ja, ja. Das gibt's doch nicht. Dadurch hast du die einmal runter gefallen. Wir brauchen die viel länger. Ich mach die Abkürzung. Vielleicht sind wir gar nicht runter gefallen. Links, links, links. Oh shit. Da ist doch einer runter gefallen. Die sind noch gar nicht an unserer Elefantenwand. Nee, ich glaub auch nicht. Sieh mir doch schon durch. Ach, diese blöde Viecher. Was sind das? Ihr habt unsere Elefanten noch nicht gesehen. Ich hab... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Achtung, ich... Wollen wir noch warten, bis wir unsere Elefanten sehen? Nein, nein, nein. Warte doch, feig. Also... Oh, warte, was ist das? Nee, oder? Oh. Oh. Ey. Ich bin auch... Wer darf zuerst rollen? Gibt Gas! Gibt Gas! Schau, es gibt Gas! Er ist bei dem gerollt. Ich hab sie gekillt. Hä? Lol. Ja, ich war früher drin. Du warst doch nicht früher. Du warst doch nicht früher. Du warst doch nicht früher. Der letzte Animation war doch früher. Was war das denn jetzt? Ingenieurskurs drin drin. Komm dran. Ingenieurskurs. Sehr gut, Kapuze. Aber wie konntet ihr schon andere Einleihen setzen? Kunde, hat der irgendwie so Büffel, die einen weggekickt haben? Nee. Ja. Wir haben nur Elefanten gesetzt, oder? Nee. Ich glaub, man bekommt einfach eine Random Sache. Was? Okay. Also ich hab jetzt als neue Einheit so einen Turm bei mir oben, steht da. Nee, da hab ich nicht... Nee, Büffel. Genau, man bekommt unterschiedliche Sachen. Nee, nee, nee. Du bist einfach nur ein weiter. Glaube ich. Nö. Das glaube ich nicht. Ähm. Ja, Lucan. Übrigens, deine geile Mauer. Über die bin ich einfach drüber gesprungen am Ende. Ja, wir machen noch einen. Da waren ja acht Mauern hintereinander. Ja, über die bin ich drüber gesprungen. Weil die waren nämlich auf so einen Hang bergab und ich bin einfach drüber gekippt. Wir join Team Einsen. Eins, zwei, drei. Jetzt. Da landet Team Zwei. No. Xlera. So, wie sieht das bei dir unten jetzt aus, Kunra? Ja. Ich hab da jetzt... In der oberen Reihe hab ich drei Stück. Dann hab ich in der zweiten Reihe den Turm und das Cut abholt. Was sind das für ein Ballon-Bowser? Also du hast fünf Sachen. Ich hab so einen Ballon. Der macht ja überhaupt gar... Ja, der macht gar keinen Sinn. Ja, aber der kann richtig hoch... Ja, ja, genau. Aber der macht null Dammit. Ja, ja. Der ist nix. Der ist nix. Alex, den nehmen wir nicht. Ja, hast du es gehört? Alex, den nehmen wir nicht. Alter, ich hab einen der Damage voll. Ey, du hast schon so viele Bälle? Was ist der krass? Boah, der macht ja nur Schaden. Studiert ja bei Treffern. Der fühlst ja voll langsam wahrscheinlich. Ich glaub, wir spielen aber leider dieselbe Map nochmal, weil das Zeitfenster gleich... Aber der ist doch an der Brücke jetzt. Ich weiß es nicht. Der ist schon cool. Ne, ist ne andere. Nice. Nice. Was ist das denn mit der Brücke? Da kann man auch drauf bauen. Okay. Alex, hast du gehört? Wir müssen das jetzt machen. Hast du gehört? Das ist kein Spielspaß mehr. Das ist kein Spaß. Kein Spielspaß? Aber wo kann ich denn anfangen zu bauen? Ja. Da will er bauen. Das geht aber nix. Braun. Braun bauen. Immer nur Elefanten den ganzen Tag. Ich wünsche euch eine... Was red ich da? Die Musik animiert zum Singen. Musik animiert. Was ist das? Was ist los, Alex? Was machst du denn? Ja, du hast doch erzählt. Das hat mich auch gerade gewundert. Das hat mich auch gewundert. Du bist nur kaputt eigentlich. Ich bin da oben. Ich mach immer oben. Ich mach immer Alex. Die haben die Brücke hundertprozentig zugebaut. Ich weiß doch. Haben sie? Ne, haben sie nicht. Ich seh das nicht mehr. Alex. Mein kleiner Mann. Ich rolle. Ich liebe dich. Hey, du rollst schon? Ne. Okay. Natürlich rollst du schon. Mit dem Ballon könntest du glaube ich die große Abkürzung in der Mitte nehmen. Stimmt. Alter wie groß. Ah stimmt. Da wird man voll Risiko kaputt zu machen. Willst du rufen? Ja. Ja klar. Die können doch nicht bauen. Guck mal was das für eine riesen Abkürzung ist. Der Alucard hat sich kein einziges Mal bewiesen. Also bitte. Können wir uns selbst schotten? Ne ok. Das geht nicht. Der Alucard kann gut schießen. Ja. Aber im Bauen ist der Alucard leider ein Noob. Ja. So muss man es halt sagen. Gar nichts durch durch die Mauer. Scheiße was. Oh Gott. Damit den Elefanten auf einmal da los. Hilfe. Ihr sind Kühe. Wir hatten hier Kühe eingesperrt von euch. Was ist das für. Hä was. Warum hab ich denn eine fette. Warum hab ich eine fette Kuh? Bei mir hängt eine Kuh am Stein. Ich hab eine Kuh. Wieso habt ihr Bomben? Was ist das? Wir haben keine Bomben. Warum habt ihr fucking Kühe? Ja ich find Bomben krasser. Aber Kuh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Xlira Xlira. Oh Gott. Ich bin Xlira. Wo muss man lang? Ja die Krube ist gar nicht mal so geil. Alex. Ja ja. Alex. Ich bin auf der Zielgeraden. Ich bin der Jones. Der Bauer Jones. Nein 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 nein. Oh fuck. Ist das denn runtergefallen? Ich bin runtergefallen. Was hab's nie da für Panzer? Okay Alex ist nur auf der Brücke ey. Ich dachte ich wär schon weit hinten. Du bist weit hinten. Fucking ja. Ich bin runtergeflogen. Scheiße. Ich bin hin und da. Hey. Es fallen unten zwei gegen Kunden ans Dinger. Die stürmen voll an. Ja die sind büffeln. Was denn? Alex. Also ich hab alle Kühe. Hast du getroffen? Die fucking Kühe sind super stark. Ja ja ich hab getroffen. 182. Das frage ich mich auch. Bei mir stand Max Speed und ich hab noch nie über 116 Schaden gemacht. Jawoll du. Schwingst du am Ende? Äh ich bin jetzt gesprungen und hab 116 Schaden. Aber es war nicht viel anders gerade. Ja aber hm. Ist trotzdem interessant. Ich bin jetzt. Hab ich's probiert. Ja. Zum ersten Mal aber. Das find ich gut. Ich bin noch nicht gesprungen am Ende. Ich bin. Ich bin. Der Bauer Jones. Kenne nichts. Pam pam pam. Der Jones. Der Jones. Der Jones. Der Jones. Guck mal. Kann sogar gucken was die bauen da. Aha interessant. Ich bin der Jones. Die richten die Mauern neu. Da oben. Die richten die Mauern neu. Aber das macht mir nichts. Denn ich hab Elefanten. Oh. Die Fahnten. Danke. Oh scheiße. Die kommen schon. Ich hab Elefanten. Oh. Kann ich auch schon? Nein warum kann ich noch nicht? So. Jetzt regnet es Donner. Dado ist regnet Donner. Komm her. Du wirst bestraft. Mein kleiner Freund. Dado Kart. Donner. Donner du. Hey. Hier Dado. Ich mach Dado blitz. Ich blitze Dado weg. Da sind zu viele Elefanten. Den Elefanten. Wir haben Elefanten getötet. Gepunkte. Alex Alex. Was ist mit dir? Keine Wunde dass der Dado verloren und mit dir nicht war. Der Dado ist fast gehabt. Dado kann sein dass du kein Leben mehr hast. Ja der guckt mal seine Kugel an. Ja ich wohne richtig hart vom kleinen Elefanten. Vom Architekten. Der macht kaum noch Damage kaputt. Das ist gut. Ja ja eh. Klar aber. Uh. Nein nein nein. Nicht schon wieder runter. Ich bin tot. Das ist schlecht. Oh. Hä? Ich bin doch die Wand geglitscht nach unten. Oder war ein Loch? Ne ne du bist durchgeglitscht. Durch den Map. Du triffst mich nicht. Das war ein Wacken. Du triffst mich nicht. Das war ein Wacken. Guck mal da schießt er daneben. Geh weg. Wie lange hat schießen? Cool dann. Weiß das einer? Du kannst spämen glaube ich. Da ist er. Ja nein nein. Wenn ich drücke. Ist das das X oder? Ne. Weißt was ich meine? Ne. Uiuiui. Nicht da. Oh Gott nicht. Abschießen bitte. Das war schwach. Das war schwach. Alex müssen blitzen. 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 Was willst du denn blitzen? Wir sind beide durch. Achso wir sind nur durch. Wir sind schön durch. Das Spiel ist super lustig. Die Musik ist super. Ich mag das weil das so klassisch ist. Hey warum? Die haben wir unsere Mauer eingerissen. Ich glaube es ja nicht. Was ist denn der Unterschied zwischen diesem ganzen Kram hier? Oh es geht schon los? Was ist denn mit euch los? Ihr wart doch viel später dran als wir oder? Ja das denke ich mir auch. Hä wir sind auch viel früher losgerollt. Ich bin losgerollt. Das Kugel ist doch kaputt gegangen. Entsprechend spawnt er auch früher wieder. Was ist das denn für ein Oh shit? Ist denn was passiert gerade da? Dafür hat Dalu ja auch keinen Schaden gemacht. Blitze ihn. Blitze ihn. Blitze ihn. Blitze ihn. Wo ist er? Blitze ihn. Blitze ihn. Blitze ihn. Blitze ihn. Blitze ihn. Ich blitze ihn. Ich blitze ihn. Ja das sieht gut aus. Mach ihn fertig. Da hinten kommt glaube ich nichts mehr. Ja ich hab ihn geblitzt. Ich hab ihn auch geblitzt. Den Kackermann. Kackermann. Blitze. Yes. Oh my god. Wir können wirklich rein rollen. Charge. Alex. Drück aufs Klamm. Kundran rollt auf. Scheiße. Scheiße der Kundran. Der ist gut. Der ist auch Ingenieur. Der weiß genau wo er treffen muss. Fuck. Okay okay. Die Kühe schon wieder. Die OP Kühe. Die werfen Milch. Die sind echt stark. Was die werfen Milch? Ja. Wo sieht er nochmal den CD? Alter. Oben links. Da ist so ne Zahl. Es gibt aufs Maul. Oh Scheiße. Nein. Was machen die Püffel da? Oh fuck. Nein. Nein. Es reicht nicht vom Schaden. Es reicht nicht. Capuz wir müssen überleben. Okay Alex. Alex. Du wirst geblitzt. Aua. Oh Scheiße. Ja Capuz. Es reicht wenn du es machst. Es gibt es nicht. Guck dir mal an wie wenig sie haben. Sieht man das? Ja. Gar nichts haben wir. Gar nichts haben wir. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Für Konik und Konik. Hoppi 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 hopp hopp. Das ist super geil. Back to Web Select und Ben den ersten Part. Es hat sehr viel Spaß gemacht Leute. Ich hoffe ihr hattet auch Spaß. Lass uns einen Like da. Ich glaube wir haben vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mal wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschau. Tschau.